Ah, neues Archiv bekommen. Wischte 20 mal die Maske sauber. Töte 20 Gigamitschrotflinter. Was ist das denn alles? Bellen sie den Level Front ohne jemanden zu töten. Sturmgewehr. Hm, das könnte machbar sein, ehrlich genug. Heimlich. Heimlich 50 Feine. I hate you, fucker. Mit der Punition. Oh, ja, das ist in der Ambulition. Gut. Scheint ruhig zu sein. Seite! Das ist ein Schwarm Vögel! Artyom, Danielach! Ganz schnell her! Verspürt diese Tür! Wie lange denn? Oh nein... Schuss, 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 schuss Was ist das? Das ist ein Schmerz. Das ist ein Schmerz. Bitte, jetzt zufällig mal die Tür öffnen hier. Nicht weggehen, wir kümmern uns auf dem Rückweg um euch, haha, nur ein Scherz, etwas länger und diese Bestien hätten uns zerfetzt, gute Arbeit, Atiom. Der Türkerne kommt irgendwo raus. Ich werde nichts sagen, gerade doch. Komm und schau mal. Mit Gasmaske würden wir das eh nicht riechen. Ha, 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 ha. Aktion! Besuche die Räume an den Seiten. Vielleicht kannst du herausfinden, wie man da was aufmacht. Du machst das gut. Also gut. Neuron und Synapse. Super. Spinnen halten. Motoriksysteme. Wow. Ah, und die ist nur ganz quick. Picknick am Wegesrand. Du bist vertrauter. Oh, das ist ein scheiß Schlüssel. Das ist hier kein Schlüssel. Das ist kein Schlüssel. Gefunden. Ich weiß. Irgendwas passiert doch gleich, wette. 25 Minuten habe ich. Small Tiki Energy. also die tür ist geschossen du hast vermutlich in den büchern der heiligen davon gelesen muss einmal wunderschön gewesen sein zu den gefährlichsten kreaturen wenn wir eine treffen dann kämpfe nicht und lauf auch nicht weg die bestien greifen nicht an wenn du ihnen in die augen die 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 Yo, auf. Nein, sagt es, bitte nicht. Nein. Der ist ein Arsch, tot ihn. Putt ihn aus der Masse. Ich muss ihn zur Polis bringen. Du musst die Karte selbst finden. Hier ist der Gebäudeplan. Der Eingang zum Militärarchiv muss irgendwo auf der ersten Etage der Bibliothek sein. Die Tür, durch die der Bibliothekar gegangen ist, führt dahin. Es bleibt nicht viel Zeit, die Dämmerung kommt. Geh und vergiss nicht, was ich dir über die Bieste gesagt habe. Ich beeile mich. Die können mich alle malen. Ich hasse diese Vision. Hm. Oh, man. Jesus fucking Christ. I want to go back. I want to go home. Why do I want to go home? Why do I want to go home? Come here bitch, where are you? Ah, there. Mine! What's going on? I want to go home. Yeah, yeah. Ah, eww. That's literally cooked on a fucking shoulder. Shit. Yep, mine. Mine. Now that's... What do you want? That's what I want. Aggressionsprobleme. That's what I want to go home. Yep. Now that's what I want to go home. Oh, my God. Oh, no. No! Ich war wieder allein. Ich bin auch so tot, weil ich ihn angeschossen habe, also komm her, komm her, komm her, wo bist du? Ich bin auch so tot, weil ich diese Scheißmission so abgrundtief hasse, dass ich nicht mit der Klarkomme. Das war so gar nicht. Das war gut schon mit dieser Mission nicht klar. Gut. Gut. Move. Move. The fuck away. Move. 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 Ich hab mich für die Durie dieses Scheißhütte schon längst kaputtgekriegt hast, ohne, dass ich sie aufmache. Ist doch ehrlich. Genau. Sind es jetzt zwei von dir, oder bist du mal unter selber? Oah, 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 oah. Geh in die andere Richtung. Da kann man nicht in die Richtung. Warte... Warte mal, wenn sie stark in dieser Mission verachtet... Da steht da etwas im Weg, oder? Was hab ich dir getan? Was hab ich dir getan? Yep, just go! 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 Go away, go away... Go away, go away... Go away, go away... Go away... Go away... Go away... Go away... I hate you so much... Go away... Go away... Go away... Gotta keep it weird with you, bro. I'm fucking hating you so fucking much. Come on, for you. For you. Feuer. 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 Just leave. Okay. Das war klar. Alter, lass mich einfach durch dieses Level und wir sind gut. Ich sperr keine Speicherfunktion mit in den Level. Bro. Bro. Just go. Okay. No. 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 Fuck you. I'm gonna just hate you, I fucking hate you. I can't keep it here, I fucking hate you. I can't keep it here, I fucking hate you. Oh, now I can't get over here. Sigh. Okay. This is gonna go. What? 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 I... Oh, no. What? There's no problem. It's gonna get over here. Come on. There's no problem. I have to run away. What? I've got to run away. I've got to run away. Ich werde es nicht mehr aufhören. Let's go away. Ich tue dir nix. Und du gehst zur Public-Führer. Public-Führer. Entschuldigung. Ja, ich weiß. Du bist Bibliotheker und ich habe immer das Falsch ausgesprochen, aber... Bitte. Move. Da bist du. Fiskau. Fiskau. Ich hab nicht. Ich habe... Ich habe nicht... Oh, I did not! What is your fucking problem? What did I do to you? Did I fucking preserve these? You will still get back on Toron, right? Yep, I fucking... Oh, they're weird, slim shady. Are you kidding me? Come on! Those 2 can't really be careful. I don't know where I am. I don't know where I am. I don't know where I am. What the fuck? I don't know where I am. I don't know where I am. Man! I cannot do this shit. Draw. So... I'll be back to... Am I? Vielen Dank.